Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Gesunde Schuhe machen Spaß. Ganz nach dieser Devise finden die Experten von Er hat gesunde Schuhe maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Bereits seit 1830 stellt man in der hauseigenen Werkstatt des Schuhtechnikerfachbetriebs orthopädische Hilfsmittel her. Von Spezialeinlagen über Sportlerversorgungen bis hin zu medizinischer Fußpflege. Mit dem umfangreichen Angebot macht man es Ihnen besonders leicht, sich um das Wohlergehen Ihrer Füße zu kümmern. Auch in Sachen sensomotorische Einlagen sowie Schuhzurichtungen sind Sie im Meisterbetrieb bestens beraten und Reparaturen aller Art werden professionell direkt im Haus durchgeführt. Dank regelmäßiger Weiterbildungen ist das kompetente Team stets am Puls der Zeit und kann Ihnen sämtliche Fragen rund um das Thema Fuß fachkundig beantworten. Er hat gesunde Schuhe, weil Gesundheit mit den Füßen beginnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017